Nesse Station! Das Labor! Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Schleswig Park 3 Dino Attack! So, ich glaube an dem kann ich vorbeizwischern! Nein! Nein! Ah, Mann, ich bin hier gar nicht vor die Nase gelaufen! Chill mal! Chill mal! Chill mal! Nein! Wie fähig! B-b-b-b-b-b! Ja, das wollte ich doch! So, hier ist ein schönes Motorrad! Kann ich was machen? Es lässt sich scheinbar bewegen, wenn du einen Schlüssel fändest, kannst du damit fahren! Aha! Jaaa! Und was ist hier? Nichts! Gut! Huiiiih! Ich glaube ich nehme die Füße in die Hand! Aiiiih! Es ist unmöglich, auf der Straße eine Gruppe von Valozi Raptoren durchzubrechen. Gibt es irgendwo 무슨 Ne, das man in die vorwenden könnte? Ich glaube schon! Und by the way, ich bin froh, dass die Raptoren gespawnt sind. So, dann... ...meh ben... Medizin. Sieht sich ja. Schu... Die Laufresaus. Bleib nie bloß von der Klinik, du. Bleib nie bloß von der Klinik. Du sass mir in der Ruhe häss. Kontste raus. Aber nicht bei mir. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Die Tür wurde verschlossen? ja danke oder das ist das sie kotzen war ich dachte dass ich kann nur vor sich hin kotzen aber sie können ja echt hier vor ok was haben wir hier nein 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 ja toll das nützt dir wahnsinnig Ihr gebt mir auf den Keks! Du tust mir im Moment nix. Ah, Ingenlogo. Hallo, aufbrechen! Aufbrechen, du Schmutz! Schmutz, du, was ist denn? Schmutz! Entschuldigung. So, also, Munition und das haben wir ja genügend. Aha! Geht's ihnen auch? Weicht das ist ein Messer! Der versägt mir genau die Kiste! Guck, guck! Ich hör' dich! Hier kann man auch nix erkunden! Nein! Gut, dann! Medizin! Wir können uns schönmaßig treffen lassen, wenn wir mal wollen Okay, einen Schlüssel. wo geht es hierhin? Nein, Kompis! Bleib, 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 bleib. Der blöde Säcke, ey. Tut mir leid, aber du hast es so gewollt. Tut mir leid. Uns Offiziers sind ja nicht tot. Nein, sind sie nur. Nintendo, hallo, die lassen niemand töten. Was ist hier? Überall sind Computer und Monitore. Sie arbeiten nicht, weil es keinen Sturm gibt. Was eigentlich nicht normal ist, denn in Final-Film hat man ja gehört, dass John Hammond alles mit geothermaler Energie versorgt hat, damit immer genügend Strom ist, aber es ist ja nun ein Spiel. Ja, gut, das Spiel handelt ja vom dritten Film, wobei es hier gleiche Insel ist wie im zweiten Film, aber... Nordalarm mache ich hier jetzt nicht. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Du bleibst denn schon von der Kimi, ne? Du kostest mich jetzt auch nicht. Ups. Bleibt eigentlich die Soße da dir nur, oder wie? Alter, bist du für ein Topmodel oder... Ich hab nichts gesagt in deinem Kumpel. Nein! Ich bin ja ganz catalyst... So, kommt. Dann nehmen wir zu. So, ôngine, denn lasse ich mal... So machte ich n치는 mal rein. Nap alone. Er bleibt schöner clinic... No haven´èm' So, hopp. Mann, ich bin so ein Dopp. Wir nehmen mit den Joystick Steuern. Ja. Du findest ein Schlüssel? Er ist bestimmt für einen Raum, irgendwo hier. Ja, kam mir auf der anderen Seite der Insel, gut. Komme ich jetzt hier mit... Ja, genau. Also ich muss sagen, das Spiel hat sich jetzt vor 10 Jahren mal gespielt. Ich bin hier fast dümmlich geworden. Ich habe diese verdammte Kiste im Ecken einfach nicht gesehen. Du bleibst schon da liegen, du bleibst schon da stehen. Von dir wirklich nicht so gut. Ich glaube, was ist denn hier? Es ist ungewohnt mit den Schultertassen zu steuern. Und was gibt es hier? Gibt es hier was? Es scheint nichts besonders dahin zu sein. Eine Schlüsselgarte! Damit kann man Schlüssel öffnen. Oha! Will ich dich beschen? Nein, eigentlich muss ich nichts tun. Okay, ich will nur wissen was in der Kiste ist und du in der Nähe stehst, dann bist du selber schuld zu. Okay, hat er nichts gemacht. Ich wollte ihn eigentlich auch gar nicht angreifen. So, tschüssi! Na, so könnt ihr ein bisschen Energie gebrauchen. So, ich habe eine Schlüsselkarte! Und jetzt hier rein? Aha! Hier gibt es aber nichts mehr, oder? Das ist auch nichts besonderes. Nein, gut. Gibt man Gartenstühle! Gut! Aha! Hm? Es ist dieser Auftrag erarbeitet, nicht weil es keine Aktivität gibt. Aber jetzt mal halt schauen, dass es bald eine Aktivität gibt. Aber wie? Das ist die Frage der Lage. Okay, komm ich irgendwie da oben hin? Habe ich jetzt die Schlüsselkarte dafür? Bleib mal weg da! Wow! Aha! Jut! Einfache Tür, spiel schweres System. So! B-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Medizin vielleicht? Dankeschön! Aha! Was? Was? Hey! Ich will lesen! Wies! Generator! Vorsicht! Hochsprung! Startmotor mit Mittelhebel! Ich denke, es ist der, der blinkt! jetzt läuft das von final fantasy starcraft einfach war ja einfach so ein langer gang heisst nicht immer was ok stromkabel ich denke da dritt ist denn was ich will ich komme hier rauf sind da andere, das sind so rote ich muss was hier tun, was passiert dann? ist es ein ausschalter, die kabelreihen mit der pfütze auf dem boden jaaa und wenn ich jetzt hier was mache, jaaa ok ah jetzt genau, wir fangen jetzt nein, die noch von sauberen sind hier im weg ich kann sie nicht die einzelnen anlocken, um sie aus dem weg zu schaffen jetzt wollte ich ja eh weg nur nehmen die falsche taste so, dann hängt sie jetzt hier gut denn ich will hier einfach mal anlocken na, wer kommt zuerst? hier bin ich wer kotzt sie erst aus? dann kommst du dann kommst du hier na na komm schön das war mal der herrste achso, du brauchst du zweit dann bleib einfach so bleib so schön wie du bist so, zwei ach, das braucht drei weil ich mich verinner will braucht es nur immer drei ok bleib da kommst du kommst du jetzt hat er aber genug gut, drei Treffer oben 3 mal 4 gibt es 12 kommst du jetzt aber nur richten es was so, nochmal jetzt wissen wir's jetzt wissen wir's komm ja so läuft hier ein bisschen Energie bisschen Regie dann kommt das nächstes wer will sie raus kotzen? du ok BÄM wenn das mal nicht gesessen hat nochmal komm ihr seht ihr kommen BÄM und nochmal geht rein BÄM BÄM Achtig nicht schön aber zäckmäßig so wer von euch kotzenkübeln will als nächstes dran glauben du ok dann komm her komm her DÄM DÄM nochmal komm alles so schön war BÄM und nochmal ich seh dich kommen keine Sorge BÄM das hat die Saison hier schön im environment spitzt so Pushy zu uns beiden hübschen ja jetzt nochmal BÄM das ist es nochmal komm und ja und nochmal ich seh dich aufstehen das wird zippel und die die so das heißt das kotztgrübchen verdünstet Grutschkiste sem und die bÄM also nah aber hallöööööööööööööööööööööööksen Aber bei der Übersetzung ist hier richtig groß drauf geachtet worden. So, ihr geht raus aus dem Haus, rein in die Kombüse. Wir machen alles hier wieder zum Lot. Man könnte hier ein Park basteln. So, wir starten durch und es ist ein schöner Park geworden, oder? Absolut! Gut, das heißt, Leute wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part. Bis dann und tschüss!